Willkommen zu Attraktionen richtig aussprechen. In dieser Serie lernt ihr, die Namen von Freizeitparkattraktionen wie echte Experten auszusprechen, damit ihr eure Freunde richtig nice beeindrucken könnt. Heidi the Ridy, Heidi the Ridy, Enubis, Enubis, Shishgram, Shishgram, Joe Reis and the Drake, Joe Reis and the Drake, Formulex, Formulex, De Wörbel weint, De Wörbel weint, Deren, Deren. Das war die Attraktionen richtig aussprechen. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, damit ihr vor euren Freunden wie echte Experten wirken könnt. Tschüss!